Mein Name ist Dumme13 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mörder Müsse, wie ich wusste einfach nicht, was ich aufnehmen soll, deswegen just do it und ja, diesmal doppelt ab zum starten, heißt zwei Mörder, zwei Detektive und doppelt so viele Unschuldige und ja, mal gucken, meine Maus gibt gerade den Geist auf, das ist auch sehr toll, so, Dylan, what the fuck, und ja, dann, sag mal, diese Maus gemacht, sei geil, so, dann kommen wir mal, klackt hier auf alle Fälle schon sehr, sehr ordentlich, was mir auch nicht gerade, keine Sorgen macht, und zwar sozusagen, Tick, knack, knack, und da sehen wir auch schon den Mörder, oder ist das der Mörder, ich weiß es nicht, Ja, das ist der Mörder, Die haben mich gerade auch verfolgt, glaube ich, Ach, Junge, Target, Hochtausender, Das ist natürlich logisch, aber man, So blöd, wenn man es weiß, wer es ist, aber es nicht verändern kann, Naja, denn, alter, 100% Mörder Chancen und 100% direkt die Chance, wieso das denn? Naja, dann bis gleich, so, jetzt eine Solorunde, wir sind unschuldig, wie immer, das ist ja, nix, ungewöhnlich ist irgendwie mehr leider, Das wäre so typisch gewesen, wenn das irgendwie ein Mörder gewesen wäre, der knackt schon wieder, mal gucken mal, wo sich hier, der Mörder, das ist noch nicht, das war ja, Ach man, ey, diese Runden wollen mich doch schon wieder verarschen, naja, weiter geht's, so, da sind wir wieder, das war ja bisher richtig erfolgreich, was wir hier auf die Beine gestellt haben, Ei, 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 ei niedergemacht so 3 gold zum buchen uns noch ein gold gilt uns noch da ist das eine gold auch es ist nicht okay das war gut unglaublich wieder eine etwas erfolgreiche runde sind aber wieder unschuldig macht die sache nicht besser für das video für doch mal zu schauen ob man es zeigen kann ich immer jetzt unschuldige gedünt muss ich mich ja noch anstrengen wie in der letzten runde und noch herausfinden wer damit ist und dann auch noch dementsprechend erschießen erst mal brauche ich wieder gold zu finden ist nicht einfach ist noch gold geknackt ich weiß nicht wo das mädchen habe ich bisher noch nicht gesehen glaube ich weiß glaubt er da hinten ist dass der gruppe im pfadenkreuz ist würde ich jetzt einfach mal so raten zumindest würde ich vor dem ersten vermehrten abstand nehmen ja es ist ja külte mal hinter mir ich keine probleme habe so im ersten hessen weiß ich halt auch nicht wer es ist der beweis ich will als hundertprozentig sicher gehen aber ich meine habe ich kann die abgebildet glaube das war eigentlich schon sehr viel darüber aus ich weiß es nicht zeig mir doch einmal dein schwert auch einmal nur koffee ja koffee ja koffee ja whatever vielleicht war ich doch auf der falschen Spur, aber ich weiß es nicht. Ich meine, die können auch schreiben, was wir wollen, deswegen sollte man da immer vorsichtig sein. Ja, aber nein, hier ist es doch nicht. Kaffee, ja. Ist das der Kaffee, ja? Ja. Okay. Nein, oh, scheiße, ach man, ich hätte nur noch abziehen müssen, oh, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein Idiot, so ein unendlicher Idiot, naja, dann fahren wir mal wieder kurz. So, ey, diese Runde gerade ärgert mich halt, auch wieder unschuldig, ey, wie hoch sind meine Chancen noch sein, eigentlich. Ich meine, 8% ist eigentlich in diesem Spiel schon nicht ganz schlecht. Okay, der Mörder hat so ein Schwert erhalten. Okay, in die Richtung. Okay, ja, da ist es mit dem weißen Cape, aber ich brauche Gold. Äh, wo ist das Gold? Wo ist das fucking Gold? Jetzt bin ich hier runtergefallen, das war vielleicht ziemlich dösig, aber dadurch kriege ich jetzt wenigstens Gold. Und hier ist schon der Bogen. Junge und gleich wieder weg, ey, ihr wollt mich doch alle verarschen. Eieiei, hat man eine Wicke in den Bogen, dann wäre weg, naja. Eine Runde geht, glaube ich, noch, ne? So, bitte sagst du, es wird etwas verwichsern, Nünftiges. Oh, wieder unschuldig. Ich will spüren mal auch mich, ne. Glock. Och, ne, ne? Äh, lecker aus mir. So, diese Runde hat gerade keiner gesehen. Weiter geht's. Und wieder unschuldig, ey, Mann, das macht doch keinen Spaß. Ja, aber. Und dann kommt er sich erst damit. Mit der Spitze, gar nicht, weil. So, das spielt noch mich nicht. Okay. So, da Finding Gold. Das geht. Jetzt habe ich noch mal getötet. ja nur irgendwo gold dieses dieses Mausverzappel ich brauche auch irgendwo meine neue also so gar nicht wirst du bist nicht man kam schon die ganze zeit zuvor naja okay das war ja mal wieder abgesehen von der einrunde wo wir den mörder gekült haben wieder komplett unerfolgreich dann würde ich mal sagen vielen lieben dank fürs zuschauen das gang like da abo würde ich mich auch drüber freuen noch einen schönen tag und dann bis zur nächsten folge stummel